Ich will wieder eine neue Duft-Challenge anfangen, weil ich habe schon ein paar leer gemacht, wo ich mir denke, die waren eher so noch Winter-Richtung. Und ich habe mir dann, ich habe sie ja immer draußen im Vorzimmer stehen, ich habe mir dann so die Düfte ein bisschen angeschaut und habe mir so gedacht, das ist eher noch Winter und das ist ja doch manchmal schöner als gedacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein, ich tausche die Düfte jetzt aus, manchmal mache ich das auch, und zeige sie euch einmal, welche ich auch benutzen will. Und das Ding ist jetzt so, ich habe halt, den Twilly lasse ich jetzt noch in Verwendung bei mir, weil den benutze ich immer zwischendurch sehr gern. Was noch? Also den Twilly behalte ich mir natürlich und benutze ihn noch. Heute habe ich jetzt zum Beispiel den Tom Ford drauf, den seht ihr dann auch gleich in dem Video. Und das sind viele Sachen, die ich von der Arbeit noch gekriegt habe, das sieht man auch natürlich, weil da die Deckel fehlen oder so. Und die will ich dann auch in der Arbeit dann benutzen, weil ich nehme die auch gern zu mir in die Arbeit mit dem Spind und da verwende ich sie dann. Dann gehen sie auch schneller leer, so wie in dem aufgebrochten Video das Black Opium, was ihr gesehen habt. So, ich versuche viel, viel besser da auf die Düfte einzugehen als in meinem letzten Duftvideo, was nicht so leicht ist für mich, aber ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich habe zwei Jill Sander Düfte. Einen habe ich auch gerade da auf ein Kosmetik durchgesprüht, weil ich habe keine Düftstreifen bei mir zu Hause. Es geht um die Simply Reihe. Da gab es ja einmal, das ist glaube ich der Pudre Intense, genau. Und das ist nur der Jill Sander Simply Pudre. Ich mochte beide sehr, sehr gerne. Leider sind beide auflassen worden. Kann ich bei den beiden nicht nachvollziehen. Ich habe beide auch sehr gerne verkauft. Oh, eine Hornisse fliegt da von meinem Fenster. Schön. Ich habe auch beide sehr gerne verkauft, weil die eher sehr leicht sind, nicht zu aufdringlich. Ich finde, die kann man bei einem Date oder beim ersten Date oder so oder auch bei Vorstellungsgesprächen tragen. Ich habe den Tipp von einer YouTuberin. Ich finde das nämlich cool, diese Duftbeschreibung, wo man es tragen kann. Ich finde, die beiden gehen halt, wenn man nicht zu aufdringlich wirken will. Weil manche Düfte, so wie den, den ich heute drauf habe, der wiegt schon sehr, sehr aufdringlich. Und der wäre, glaube ich, nicht so genial bei jeder Situation. Aber die beiden, finde ich, sind auch alltagstauglich. Man kann die auch generell einfach so drüber sprühen, wenn man nicht weiß, was man heute verwenden soll. Könnte man zum Beispiel die beiden benutzen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Der hat auch Moschus drinnen, habe ich gerade gelesen. Eigentlich soll da auch Mandarine drinnen sein, aber ich finde nicht, dass man das rausriecht. Ich finde auch interessant, dass da Reis drinnen sein soll. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber ich finde, der hat auch sowas. Kennst ihr das, wenn ihr Milchreis macht und das dann frisch gekocht habt? Kennst ihr das, den Duft davon? Und ich mag es nicht persönlich, aber ich finde, mich erinnert das ein bisschen dran. Ich mag das eigentlich nicht so, aber es erinnert mich ein bisschen dran. Mit einer Note von Orange und ist auch sehr, sehr, sehr Moschus-lastig, finde ich. Sehr Moschus-lastig. Aber ich mag das. Ich mag das, weil der so ist. Ich finde, die Zusammensetzung generell passt bei dem sehr, sehr gut zusammen. Wirklich sehr, sehr gut zusammen. Die Variante ist ein bisschen holziger. Beide haben auch Heliotrop drin, habe ich gerade gesehen. Aber der ist ein bisschen holziger noch von der Duftrichtung her. Ich zeige euch mal die Flasche ganz genau. Ich finde das so cool, dass da die Flüssigkeit schwarz ist. Viele mögen das ja nicht, aber ich finde das mega cool. Es ist auch Kaschmaran drin und Kakao Absolut. Finde ich auch super, weil der halt dadurch auch ein bisschen länger hält. Ich finde, beide halten eigentlich sehr gut. Also bei dem Simply... Na, Moment. Der Intense hält, glaube ich, ein bisschen länger, weil der Simply Puder, der klassische, der hält nicht so lange. Auch in Kombination nicht mit der Bodylotion, habe ich das Gefühl. Ich habe das nämlich vor kurzem mal probiert und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so ein Fortgehen-Duft ist. Ich sprühe mal kurz den... Obwohl die schon sehr, sehr ähnlich riechen. Die riechen wirklich sehr ähnlich. Ich finde, da ist nicht so ein großer Unterschied, außer dass der halt ein bisschen mehr Hölzer drinnen noch hat. Aber sonst ist da nicht wirklich viel Unterschied. Ihr habt jetzt auch die Inhaltsstoffe gesehen. Die entklaue ich ja immer von der Seite vom Porfumo, glaube ich, heißt die Seite. Und ich liebe diese Seite, weil man da eben auch die ganzen Inhaltsstoffe so gut erkennen kann. Ja, mag ich sehr, sehr gern beide. Aber um meine Sammlung doch ein bisschen zu minimieren, habe ich mir gedacht, werde ich die halt in der Arbeit dann verwenden. Eine lasse ich bei mir zu Hause stehen und eine nehme ich mit dem Spind, weil da kann ich das in Kombi mit der Bodylotion verwenden, weil da ist ja doch nicht mehr so viel drinnen. Und wenn ich ihn dann zu Hause aufbrauche, wird er sicher auch irgendwann leer werden. Aber habe ich ihn wie vor, jetzt sogar zu benutzen. Interessant, dass das da unten Glas ist und oben Plastik. Aber ich finde die Flaschen auch so mega schön. Ich traue dem so hinterher, dass die nicht mehr gehen wird. Aber ich habe sie dann aufgebracht und geliebt. Also es ist ja nicht so schlimm, oder? Eskada Summer Festival. Ihr wisst ja, ich mag ja nicht so gerne die Eskada. Ist auch vielleicht eine Lüge. Ganz am Anfang, wie meine Mom noch da war, mochte ich die Eskada-Düfte nicht so gerne, weil ich habe das eher mit meiner Mom verbunden, als mit mir selber. Weil sie hat die geliebt, die Eskada-Düfte. Und jetzt seit sie nicht mehr da ist, erinnert mich das halt an sie und deswegen verwende ich die so gerne. Ich mag auch die Eskada-Düfte sehr gerne. Das ist der Summer Festival, wie gesagt, aber letztes Jahr hat es den gegeben. Der soll nach Kirschblüten, Jasmin, grüne Mandarine und Sandelholz riechen. Finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Das Einzige, was ich halt finde, dass die Eskada-Düfte nicht sehr, sehr lange halten. Aber ich mag ja diese extrem süßen Parfums. Ich weiß nicht, ob das jetzt bringt, wenn ich da doch was draufsprühe, weil da eh schon die anderen zwei Düftes drauf sind. Oh ja. Der ist halt wirklich sehr, sehr süß. Und ich finde, man riecht die Mandarine raus. Man riecht wirklich die Mandarine raus. Und auch ein bisschen, finde ich, die Kirschblüten. Auch so ein bisschen. Aber ich mag den sowieso gerne. Ich weiß, Eskada ist nicht für jeden was. Wirklich nicht für jeden was. Aber ich mag, seit meine Mom nicht mehr da ist, mag ich die Eskada-Düfte sehr gerne. Seit sie nicht mehr da ist schon. Ich habe ja den einen, diesen... Ich habe den da liegen. Wie heißt der? Den Thai Sunset. Den mochte ich ja auch sehr, sehr gerne, weil ich so traurig, dass der damals dann leer worden ist. Jetzt gibt es ihn ja Gott sei Dank aktuell wieder. Ja. Also, ist auch einer, was ich sicher hinterher trauern werde, weil der ist echt gut. Und viele sagen, wenn ich Eskada drauf habe, dass ich gut dufte. Das sagen auch sehr viele. Dann habe ich von John Galliano einen Duft, den ich sehr gerne benutzen würde. Und obwohl ich da so ein bisschen Angst davor habe, weil den Duft gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob es den auf Amazon noch gibt. Das war damals ein Tester, den ich bekommen habe. Den will ich unbedingt aufbrauchen, weil ich Angst habe, dass der mir kippt. Da schwimmt doch schon irgendwas drin. Deswegen, ich muss mir dann eh überlegen, welchen ich von den Annalen zuerst verwenden soll. Aber den fand ich wirklich gut. Den fand ich wirklich gut. Und ich trauere denen echt hinterher, dass den nicht mehr gibt. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Ich habe mir die damals nämlich in 30ml gekauft. Ich habe den damals bei Müller, glaube ich, ein, zwei Stück gekauft, wenn ich mich nicht ihr. Und in einer anderen Filiale damals dann auch, wie ich gesehen habe, dass die den noch hatten. Und ich habe eigentlich relativ viele noch zu Hause. Ich kann euch jetzt gerade die aktuelle Zahl nicht davon sagen, aber ich glaube vier oder so sind es auf jeden Fall. Ich liebe den. Der ist auch so aufgemacht wie ein Brief. Der hat da die Briefmarke drauf. Auch auf dem Flakon habt ihr die Briefmarke oben. Jeder von den Düften. Da gab es ja drei verschiedene, glaube ich, oder vier verschiedene sehe ich da gerade im Internet. Und alle hatten eine andere Briefmarke mit anderen Düften drauf. Ich glaube auch sogar mit den Inhaltsstoffen, die drin sind, weil der hat auch Rose mit drinnen. Und hier habt ihr die Verpackung. Die schaut halt so aus wie ein kleiner Brief. Und ich fand das so süß. Das Einzige, was mich gewundert hat, der hat Lavenel mit drinnen und Rose, was ich persönlich ja gar nicht mag. Aber die Zusammensetzung von dem ist so mega gut. Ich liebe diesen Parfum. Ich meine, der fängt schon, glaube ich, fast an zu kippen. Den sollte ich echt benutzen. Aber ich liebe dieses Parfum. Also eigentlich ist es ein Eau de Toilette. Habe ich fast vergessen, euch zu sagen. Es ist eigentlich ein Eau de Toilette, was mich erwundert, weil der hält eigentlich schon sehr lange, kann ich mich erinnern. Aber ich glaube, den werde ich als erster verwenden. Von den ganzen, die ich da habe. Weil ich habe langsam das Gefühl, dass der schon so in der Richtung am Kippen ist. Und deswegen werde ich den als erster, glaube ich, verwenden. Da kommen wir mit dem. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht so, wenn ich frei habe, verwende. Oder ob ich es anfange für die Arbeit, bis der halt leer wird und dann den dann so zwischendurch benutze. Bis ich ihn dann leer habe. Ich versuche halt, so gut geht es meine Tüfte, meine Tüfte zu gut es geht, meine Tüfte zu minimieren. Manchmal ist es auch nicht leicht, aber ja. Was ich noch cool fand, ist, dass der Heidelbeer drinnen hat. Nach Bergamotte soll er ja auch ein bisschen riechen. Ich finde, der ist, wenn man ihn beschreibt. Wo habe ich ihn jetzt? Da. Wenn man ihn beschreibt, der ist wirklich sehr, sehr blumig, aber auch süß. Und der, ich finde, der erinnert mich immer an die Zeit, wo alles anfängt zu blühen. An die Zeit erinnert mich das extrem, weil ich ihn immer meistens zu der Zeit benutzt habe. Immer so Anfang April habe ich immer angefangen, den damals zu benutzen. Und das erinnert mich immer so an die Zeit, wo ich den auch gefunden habe. Den Duft, das war mal in irgendeiner kleinen Parfümerie. Ich glaube, Nägel und Strubbele war das. Da habe ich mir den sogar geleistet. Und der war damals echt nicht günstig. Und das erinnert mich so an die Zeit, wo ich so im Donauzentrum spazieren war und den Duft gefunden habe. Und ich finde das so, so schön. Das dürfte so einen an Momente und Menschen erinnern. Ich finde das wirklich schön. Und das erinnert mich so dran. Es erinnert mich zwar auch an hässliche Zeiten, aber ich mag den Duft trotzdem sehr gern. Ja, ist einer meiner absoluten Lieblinge. Meiner absoluten Lieblinge. Also er ist wirklich sehr, sehr blumig, hat aber auch was Süßes mit drinnen. Was ich persönlich sehr gut finde, weil ich mag ja allein blumige Düfte eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich. Ich bin ja eigentlich nicht so der Chloé-Fan. Abgesehen von dem Chloé-Leo, glaube ich heißt er. Das ist der Rosane, den ich euch mal gezeigt habe in einem Haul-Video. Und den hier. Das ist der Chloé Naturell. Das ist eine Veggie-Variante vom Duft, sage ich jetzt einmal. Der ist nachhaltig produziert. Der ist vegan. Hat auch nur die besten von den besten Inhaltsstoffen. Und am Anfang mochte ich ihn nicht. Wie ich ihn das erste Mal auf einem Streifen aufgesprüht habe, habe ich gesagt, der stinkt bestialisch nach Hustensaft. Aber ich habe ihn dann einmal benutzt. Und ich habe ihn da auch gerade auf dem Taschentuch drauf. Und ich finde, der riecht so genial. Ich verstehe gar nicht, warum ich ihn jetzt auf einmal mag, weil der war furchtbar auf den Duftstreifen. Ich habe gleich gesagt, wie kann man nur so etwas produzieren? Und dann habe ich mir gedacht, okay, sei nicht so, probieren mal, weil er ja doch vegan ist. Und nicht, dass ich jetzt darauf so extrem achte. Aber ich finde halt die Idee dahinter sehr schön. Weil es gibt noch nicht so viele Düfte, die halt vegan sind und so. Und wo auf die Inhaltsstoffe geachtet werden. Ich bin, glaube ich, geschädigt davon, weil wir es dauernd jeden Tag hören. Aber ich finde den wirklich gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Das ist der mit dem mintfarbenen Bändchen, wenn ihr den noch nicht kennt. Ich finde den echt gut. Der ist wirklich nicht schlecht. Hätte ich mir niemals gedacht, dass mir noch ein Chloé gefallen könnte. Aber ich bin ja, der Klassische, den finde ich furchtbar. Ganz ehrlich, den finde ich mega furchtbar, weil den einfach jeder hat. Und ich kann den nicht mehr riechen. Aber der, der ist echt nicht schlecht. Der soll auch ein bisschen holziger riechen, weil er hat Zedernholz mit drinnen, schwarze Johannisbeere ist drin und er hat auch bulgarische Rose drinnen. Und auch Zitrusnoten, was ich jetzt gerade gesehen habe am Computer. Ja, er ist wirklich nicht schlecht. Er wird auch bei mir ganz anders als jetzt auf dem Tuch. Natürlich auf der Haut entwickelt sich jeder Duft anders. Aber der ist so, ich finde, der riecht so wie... Kennt ihr das, wenn ihr schwimmen wart und euch dann mit eurem Aftersun eincremt? Genau so riecht das, finde ich. So nach dem Schwimmen, wenn du ein bisschen Bewegung betrieben hast und du dich dann mit deinem Aftersun einschmierst und dann halt noch essen gehst oder so. Nach Sommer. Richtig nach Sommer. Ich bin nicht gut, den dürfte ich beschreiben. Ihr müsst damit leben. Aber der riecht so richtig nach Sommer. Wirklich extrem nach Sommer. Also richtig nach der intensiven, ich glaube, wir haben es jetzt alle kapiert, Sommerzeit. Ich finde den echt gut. Ich finde den wirklich gut. Ich hätte mir das nie gedacht, dass mir noch ein Chloé gefallen könnte. Und deswegen, ich habe den von der Arbeit und den will ich auch unbedingt benutzen. Ich finde den echt gut. Ich finde den wirklich gut. Abgesehen mal davon, dass er jetzt vegan und so ist und finde ich ihn echt gut. Hätte ich mir niemals gedacht, dass ich noch ein Chloé mag. Aber ich wiederhole mich. Gehen wir zum nächsten. Zwei Düfte habe ich mir noch aufgehoben, die halt ein bisschen intensiver sind. Das ist einmal der Elisabeth Arden All is Red. Weil wenn ich mir denke, ich gehe irgendwo am Abend fort oder so, könnte ich eher so etwas intensiveres verwenden. Oder meinen Liebling Tom Ford Extreme Noir, den ich auch heute drauf habe. Und ich liebe den. Und der ist noch nicht viel weg. Mein Freund benutzt den nämlich heimlich mit und dann werde ich immer sauer, wenn er den verwendet. Weil das ist mein Baby. Ich meine, ich liebe den Tom Ford Lost Cherry auch. Versteht es mich nicht falsch. Aber der, den habe ich auch heute drauf. Wie gesagt, ich liebe diesen Duft. Aber bevor ich jetzt zu dem gleich komme, machen wir mal weiter mit dem hier. Das ist von Elisabeth Arden, der Always Red. Den habt ihr auch in dem letzten Aufbrauch-Challenge-Video gesehen. Ich muss sagen, ich liebe dieses Parfum. Obwohl er jetzt da gerade komisch gerochen hat, muss ich ehrlich zugeben. Moment kurz. Nö. Aber er ist eh noch immer. Ich glaube, das ist die Pflaume, was da drin ist. Ich habe nämlich gerade gelesen, dass da Pflaume drinnen sein soll. Ich finde auch diesen Ombre-Look. Ich habe euch das ja im letzten Video auch schon gesagt. Diesen Ombre-Look finde ich so mega geil. Und ich finde das genial, dass da genau meine Duftnoten drinnen sind. Also Jasmin, Praline. Es ist auch angeblich Blutorange und Pflaume, wie gesagt, drinnen. Und ich finde das so geil. Ich liebe dieses Parfum. Gibt es natürlich wieder nicht mehr. Und die Body Lotion dazu. Die Body Lotion dazu. Ich kann nicht genug davon schwärmen. Schaut es mal beim Tiki Max. Manchmal hat der Tiki Max den noch. Oder online vielleicht. Aber ich liebe dieses Parfum. Ich liebe es. Und ich bin so traurig, dass den auch nicht mehr gibt. Ich bin verflucht, glaube ich. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich verflucht. Wenn ich das so beschreiben müsste, würde ich ihn schon eher als süß betrachten. Aber auch als fruchtig. Also er hat schon sehr viele Früchte mit drin. Weil es steht ja zumindest da, dass der sogar Passionsfrucht mit drin hat. Er hat blutorange Pflaume. Und ich finde, man riecht das schon sehr raus. Er geht zwar schon in die süße, blumige Richtung, aber hat auch wirklich viele fruchtige Noten drin. Was ich gar nicht so schlecht finde. Er hält auch sehr lange. Ich glaube, das fragen ja auch sehr viele, ob der jetzt lang hält oder nicht. Und ich mag einfach diesen Duft. Ich mag den so gerne. Und die Body Lotion ist sowieso der absolute Hammer. Und ich sträub mich noch ein bisschen davor, den leer zu machen. Aber ich sollte ihn mal benutzen. Weil er ist schon ein Liebling von mir. Ich mochte ja eigentlich die Elisabeth Arden Düfte sehr gern. Aber die haben alle beide, die ich gern hatte, haben sie aufgelassen. Deswegen verstehe ich es nicht. Obwohl der White Tee, der ist ja auch gut. Den kennt sie ja eh auch von mir. Den habe ich mal als Probe gehabt. Den fand ich auch sehr gut. Aber die intensiven Düfte waren von dem auch sehr, sehr genial. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich kann nicht reden. Mein letzter in der Duftreihe hier. Das ist Tom Ford Noir Extreme. Und ich liebe diesen Duft. Ich habe den ja damals im Donutzentrum kennengelernt, sag ich jetzt mal. Den hat mir nämlich ein Mitarbeiter von Müller gezeigt. Ich war ja dort einmal helfen. Kann ich ja jetzt nicht sagen, weil so schnell werde ich doch nicht mehr helfen, glaube ich. Ich liebe den. Der hat den mir durch Zufall nur gezeigt. Weil er gemeint hat, ich soll den mal probieren. Und dann hatte ich den am Handgelenk oben. Und ich habe nichts anderes mehr denken können, als an den Duft, wie ich baden gegangen bin. Und mich so glänzt, dass ich nicht mehr danach rieche. Der ist so extrem genial. Eben, wie der Name auch schon sagt, extrem noir. Der ist so göttlich. Ich kann nicht mehr, wenn ich den rieche. Ich müsste ihn mal unbedingt probieren. Also, die Flasche ist jetzt auch nicht so die schönste, würde ich jetzt sagen. Ich finde die Schrift sehr schön. Ich habe jetzt auch im Computer nachgeschaut, was drinnen ist. Es soll Mandarine, Safran, Kardamon, Muskat, Orangenblüte, Amber, Sandelholz und Vanille drin sein. Die Vanille merkt man schon. Ich finde schon, dass man die Vanille merkt. Er riecht auch eben sehr Sandelholz-technisch. Also, der ist wirklich holzig. Und ich hätte mir nie gedacht, dass mir so ein holziges Parfum gefallen würde. An mir jetzt. Aber am Anfang riecht er, wenn ich ihm aufsprühe, das erste Mal riecht er eher so in Richtung Hernduft. Nach einer Zeit, wenn er sich dann mit meiner Haut so ein bisschen verbindet und das sich so ein bisschen kombiniert, riecht er so mega geil. Ich liebe dieses Parfum an mir. Hätte ich mir niemals gedacht, dass ich mal einen Hernduft trage. Meine Mom hat damals, das fand ich so witzig, sie hat einmal eine Duftprobe von mir gekriegt. Also, beziehungsweise für meinen Vater und für sie habe ich Duftproben bekommen irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ich glaube, da habe ich einen Hernduft gekriegt und ich wollte nicht. Und ich habe gesagt zu Mama, gib ihm Papa. Aber sie hat das falsch verstanden und hat es selber benutzt. Und das war damals von Armani, der blaue Hernduft. Und sie schiebt mir die Probe einmal hin und sagt so zu mir, hey, der riecht ja gut gut. Und ich schaue sie dann so an, ganz schluckig und sage, Mama, das ist ein Hernduft. Und ich sage, na und? Ist mir ja furcht. Und seitdem denke ich so dran, wenn ich den verwende. Ich meine, ist jetzt nicht dieselbe Marke. Aber ich denke so gern dran, wenn ich den benutze, weil ich mir denke, ich habe immer zu ihr gesagt, ich würde niemals Herndufeu verwenden, weil ich würde das nie mit mir kombinieren. Also ich sehe mich halt in dem, mit dem Duft nicht, mit Herndüften. Aber der, ich finde man riecht extrem bei dem die Vanille. Extrem bei dem die Vanille. Ich meine, beim Stefan riecht er auch mega genial. Aber bei mir kommt dann noch so dieses Feminine durch. Ich glaube, das liegt dann an der Rose und dann der Jasmin, weil ich liebe Jasmin im Parfum des Visier. Und Jasmin ist da auch drinnen. Und ich glaube, das liegt daran, dass das bei mir so ein bisschen weiblicher jetzt rüberkommt. Beim Stefan riecht er auch genial. Der darf den gar nicht oben haben, weil dann, ihr kennt mich ja, furchtbar mit mir. Aber der ist so genial. Ich liebe diesen Duft. Und ich glaube, das ist einer, den ich immer haben wollen würde, wenn... Der muss, glaube ich, in meiner Sammlung sein. Der muss in meiner Sammlung sein. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir irgendwann einmal so teure Parfums kaufen würde. Ich habe auch immer zu meiner Mom gesagt, Nein, weil damals den Lost Cherry habe ich ihr damals gezeigt auf meiner Haut und sie hat den Preis gehört und hat auch in den Kopf geschüttelt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal so teure Düfte habe. Aber ja, es ändert sich die Zeit halt. Weil dann investiert man halt mehr in einen teuren Duft und man weiß, dass man ihn liebt und man länger was davon hat, als in ein günstigeres Parfum, was ich nicht so gerne verwende. Obwohl meine Sammlung ja eher eine Ausnahme ist wegen meinem Job auch. Aber ja, so kann ich euch mehr Sachen zeigen, die ich auch mag oder auch nicht mag und mir nicht nachkaufen würde. Ich finde das irgendwie cool, wenn ich da euch dann ein bisschen mehr zeigen kann. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ich war irgendwie unzufrieden mit dem letzten Video von mir. Deswegen hoffe ich, dass die Variante ein bisschen besser ankommt. Und ja, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Duft davon kennt. Weil das wird ein bisschen schwer, weil die meisten gibt es ja gar nicht mehr mehr, die ich da hergezeigt habe. Oder ob ihr schon an dem heiß geliebten Tom Ford von mir geschnüffelt habt. Ich liebe den. Ich könnte stundenlang dran riechen. Ich meine, ich rieche die ganze Zeit danach, aber das ist einer meiner Lieblinge. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Neben Twilly natürlich. Und wie gesagt, den Twilly habe ich auch da dabei. Aber ich habe ihn jetzt euch nicht noch einmal gezeigt, weil ich habe ihn, glaube ich, eh in dem letzten Video hergezeigt. Und ich will euch nicht dauernd dieselben Düfte zeigen. Ich meine, das war jetzt eine Ausnahme bei dem. Aber ich will euch jetzt nicht noch einmal denselben zeigen. Das macht ja auch nicht so viel Fun, oder? Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!